Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube ich würde das mal übel zu mögen wenn ich spielen würde Fehler ja also ich denke mal selbst ich will dann irgendjemand gekillt kriegen wenn ich jemanden erwische Hallo wo seid ihr ich bin ich da da seid ihr auch so ziemlich einig definitiv da war also weil ich glaube es ist der Fallensteller glaube ich auch da ist der Fallensteller weg, hau ab, weg von mir weg von dir, weg von dir, hier, 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 komm her du, komm her bei mir backts nur ein bissl aber okay lass mich in Ruhe okay lass mich in Ruhe sensationell was sagte, was sagte der Killer zur Wolke Hallo I believe I can fly I believe I can touch this guy Nein, ich cheate nicht, ich habe ihren Stream pausiert ich lade gleich einen Streamchat davon hoch Lass mich rumkrabbeln Lass mich rumkrabbeln Lass mich rumkrabbeln und vor allem lass sie mich, ne ich sie heilen oder so wie auch immer Soll ich nicht zu meispringen? Oh du, oh du bist nicht zu weit okay Hallo Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier bin ich Hallo Weißt du was, ich mach's alles so Ey Viel Spaß beim, beim random herumfliegen Ich lieg dir zu Füßen Das freut mich Heile bis du stirbst, das ist gut Ja, das könnte passieren Ähm, ja Was machen wir jetzt? Weißt du was? Wolke kommt zurück zu White, damit du dich freistruggeln kannst und du White teilen kannst Finde Hilfe, ich finde Hilfe Finde Hilfe Okay Ich bin grad einfach im Killer drinne Jetzt, Wolke ist unterwegs Das ist ja, ey komm Das sieht von meiner Perspektive sehr falsch aus Das darfst du wie es in meiner Perspektive aussieht Ach nö, dreh dich andersrum Warte, ich will sehen, ich will sehen Ich werde von YouTube gestrikt, dreh dich andersrum Wunderschön Ah, hallo Wolke Hi Ich kann mich aus einem Grund, ah so Jetzt, jetzt struggle wenig Ich dräng dich an Ja So, Wolke, und jetzt heile White Mach ich ja Oder ich dräng dich um Also, oder ich dräng dich um Hey Hör, hör Wenn, wenn nur einer von euch scheitert, der ist, der wird geschlagen Hey, ich darf den, ich will dich auch heilen, komm her Wolke, Wolke, lass dich von White heilen Genau Sind wir in die falsche Richtung gerannt Dann schlag ich White Wie will ich geschlagen werden? Eben Dann muss sich Wolke heilen lassen Oh, jetzt wird schon mal Tralala Okay, nein, nicht schon wieder so schnell Es gab Du, was? Sit Mann, lass mich, ey, wie soll ich denn machen, wenn du die ganze Zeit auf mich drauf haust? Erstmal ehrlich Omae wa mou shindeiru NANI Omae wa mou shindeiru NANI Ich wollt was machen, aber ich kann das jetzt nicht machen Oh man, ich hab nen guten Arsch Ich hab nen geilen Arsch, muss ich schon mal zugeben hier Ich sitz jetzt in der Bank Ich wollt euch eigentlich was tolles zeigen abaut Ich sitz jetzt hier Auf der Bank Oh, ich kann mich besuchen Im Lampenlicht Ganz alle Einer Ich hab' ja schon mal an irgendwelchen eikoholischen Sachen hier, ey Bin's lasch Und ich bin am Boden zerstört Batsch Leute, lacht Das war ein Witz von White Ihr sollt lachen Sind wir so einschläfernd? Das tut mir echt leid Wir sind einschläfernd? Da, das muss ich jetzt Das, 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 das Böse Du bist aber auch einschläfernd dann Wir sind alle einschläfernd Ich schläf aber nicht gern Tiere ein Ey, mich mein Zuschauer Bitte hilf mir Ich werde in White Keller gefangen gehalten Das wir jetzt voll Das macht Hey, die Kulette ist bei mir Jeder mag doch meinen Pornokeller Da, da, das kann man jetzt ganz falsch verstehen Das ist das Schwein Das ist das Schwein Oh ne Auf welcher Uhrzeit ist denn der Pornokeller? Hier ist die Jigsawpuppe Okay Ich möchte mit dir ein Spiel spielen Oh man, wer Wer hat jetzt gerade verhauen hier? Oh, das war die Cloud Death Das heißt, wir haben ein Tageslicht Und wir sterben mal wieder am Tag Und wir sterben mal wieder am Tag Bis Oh, ich hab dich vorbeiren sehen Das ist nicht gut Oh, wer ist hier verkackt? Es ist die Kulette Ja Das Schwein ist da Schwein ist da Schwein ist da Schwein ist da Schwein ist bei mir Schwein ist auf der Suche nach mir Schwein will mich haben Ey, die Kulette war jetzt auch bei mir verkackt Du hast gestern Speck gegessen, White Deswegen suchtest du Das glaube ich auch Ist das immer noch bei dir? Hello It's me Wir machen gerade zur zweiten Generator Ist das euer Ernst? Ja Nein, ich hab's Toten kaputt gemacht Komm, White, komm Willst du mich erst heilen, oder soll ich erst? Gut Komm mit in die nächste Ecke Du hast noch mit Zeit Das ist bei mir Also jetzt bist du beim Generator So, White Gut, und jetzt kümmert dich darum, dass du den nervigen Mundschutz wegbekommst Die sind wunderschön, dieses wunderschöne Accessoire Oh, gleich beim ersten Mal freigekriegt, das ist toll Du machst mich fertig Ich weiß Ich weiß Ich habe die großartige Kraft, dich vorübergegeben zu blockieren Kannst du das bitte lassen? Dann schreib mich richtig Dann schreib mich richtig Okay, okay Und öffnen Auch solche Discord öffnen Wunderschön Wunderschön Weil das für dich ganz empfehlenswert Alles klar Was machst du in meinem Schwamm? Was machst du in meinem Schwamm? Hi, wir sind hinter dir Just saying Ja, ich renn Du versuch wegzukriechen Ich krieche schon um mein Leben Riech, White, riech Oh, ich werde geheilt von Pussyhunter Danke, Pussyhunter Pussyhunter Da betatscht wieder andere Leute Nein, er wird betatscht Nein, er wird betatscht Er hat seine Pussy gehuntet und offenbar erlegt Pussyhunter Ja, mir ein wildes White Angel Es hat rumbackende Haare Haare Das wilde White ist Das wilde White ist dafür bekannt Als erstes zu sterben Dafür sorgen, dass die anderen weniger werden Es Man findet ein wildes White In dem man Orte aufsucht An denen es möglich ist Gerade auszulaufen Ohne gegen Wände zu laufen Da dieses ansonsten Die Möglichkeit nicht mehr hat Und sich in Sachen festpackt Wie zum Beispiel Fässer Wände Oder Metspieler Das wilde White ist eine Ist eine sehr attraktive Person für wilden Killer Und sieht diesen fast schon magisch an Das wilde White wird jetzt vom Jäger aufgehoben Und zu seiner letzten Ruheschnitte Das wilde White schreit laut Weil es einen metallenen Bolzen durch seine Brust geführt wird Dieser Vorgang nennt man auch Aufgehängt werden durch Rituell und darin sterben Nach der Rituellen Begräfnis am Haken Wird das wilde White angeblich von einer Großen Energie aufgesaut Und verspeist Ich glaub fu- Ey, ey, ey Bist du das neben mir? Ja, das bist du neben mir Wer? Du da! Oh, du, oh, oh, oh Hi! Hey du, hey Also wenn jetzt der Kinder kommt Dann wird's doch lustig Hey, ihr seid's! Hallo! Hi! Hä, wo? Wo? Hier! Hä? Hier, ich bin beim Generator Hier, ich- ich- ich lauf grad vor euch Hallo Bist du ja keinen Bock mehr? Hey, hey Hey, hey Hey, bleib mal stehen, ich brauch für nen Screenshot Kommt schon, bleib stehen Bleib stehen Ich brauch für nen Screenshot Damit ich nen Thumbnail machen kann War kurz, ich muss- ich muss mich noch selber gut platzieren Hahahaha 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 Einfach alle greifen Komm jetzt, komm jetzt Komm jetzt Okay, okay Okay, wir können weitermachen Womit auch immer wir vor- wir anfangen wollten PS Select is real White Ja Was soll das? Run, Leute, run! Nein Mann Mann Womit Womit Mann 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 fuck me weißt du was ich geh in diesen Schrank ich mag Schränke ich bin Schrank schau dir den Mond an der ist doch schön ich bin der Schrank ich mag Schränke Rekke sind mir sympathisch ich höre ihn hoffentlich kommt der jetzt nein woher woher sollte er das wissen kann mir das mit einer verraten woher der weiß der Haltfahrt gegen das Auto daneben gehauen der Haltfahrt gegen das Auto gegen ja das dieses Verhaltensweiß ist sehr merkwürdig ich überlege ob es ein freundlicher Killer ist dann wäre ich nicht tot vielleicht hat er sich anders überlegt mit dem böser Killer sein und da liegt er ich habe keinen großen Fehler begangen was macht der Killer das ist ein komischer Killer lieber Herr komischer Killer können Sie mich bitte es ist dahinten ein kürzerer Weg ja ich glaube der will dass du den Generator machst ja setz einfach mal dran wachen will er dass du den Generator machst weiß ich nicht will er dass du auch paar Punkte machst setz jetzt einfach mal rein ok ok ich mach siehst du hä hä es gibt ich will es wissen warum er nicht getötet wird vielleicht hat er sich danach anders überlegt und er wollte für sich selber Punkte ja oder er hat er in Stream geschaut oh das war nicht nett vielleicht wollte er mich töten in Wahrheit ja ich guck mal bei mir im Stream wenn da jetzt jemand auf einmal aktiv wäre nein da ist niemand aber ich habe Zuschauer aus irgendeinem Grund hä aber ich verstehe seinen Halten nicht das verstehe ich auch nicht weil er halb wide umgebracht hatte du sollst ihn jetzt sie jetzt wieder heilen das ist halt und jetzt ihn auch total netten Kumpel macht ne hä ich glaube er ist ein Hater von mir aber ich versuche seine Verhaltensweise zu verstehen also wenn du dann einfach Doppel da ja ich weiß nein 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 ich will ich will jetzt auch ich will jetzt auch ein Screenshot haben bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal